Wichtig ist aber, und das habe ich den Kollegen auch gesagt, kein Mensch sucht nach Bucketlist Reisebüro. Und deshalb würde ich immer, wenn ich mit Trendschlagworten arbeite, so am Rande bemerkt, immer in Google Search eingeben, nur die Anfangsbuchstaben und gucken, was mir angeboten wird, weil das sind die meistgesuchten Begriffe. Das heißt, die Kollegen bauen jetzt den Begriff Bucketlist und Reisen nochmal diese zwei Schlagworte in Kombination mit ein und dann sind sie auch bei dieser Suche ganz weit oben. Aber so einfach ist es, wenn ich damit arbeite. Also den Aufbau des Seminars finde ich gut, dadurch, dass wir zwei Redner sozusagen haben, nämlich am Anfang den Oliver und dann den Benedikt. Und das passt auch vom Ablauf sehr gut zusammen und ich glaube, sie ergänzen sich auch sehr gut. Wir arbeiten auch überall in allen Bereichen nach dem Pareto-Prinzip. Das heißt, im Ertus Business Club haben wir 520 Büros von 4600, die im Business Club sind. Das sind nur 11 Prozent, aber schon 50 Prozent Umsatzanteil. Das Ding ist so schlagkräftig, dass jeder Hotelier, der nach Deutschland kommt, im Luxussegment sagt, ich will mit dem Business Club was machen, weil da weiß ich ganz genau das einzige Tool in Deutschland, wo ich, oder europaweit sogar, wo ich ganz zielgerichtet mit relativ wenig Budget die besten Reisebüros mache. Die Darstellung heute zwischen Olli und Benedikt fand ich auch ganz toll. Die beiden haben sich die Bälle zugeschoben und ja, fand ich sehr abwechslungsreich, ganz toll. Also ich bin begeistert. Die Spitzenleistung, die auch Kernelement für alle Verkaufsideale ist, ist die Körpersparre zum großen Teil. Ich habe mich sehr gefreut schon auf diesen vierten Teil, weil das einfach nochmal ein ganz wichtiger Teil auch ist in der Kundenberatung. Als wir gehen nach oben, dann rechter Arm in erste Position. Einmal mal probieren, dass das Gehirn in Schwung kommt. Ja, also der Ben, wenn ich das so sagen darf, hat mir deswegen so gut gefallen, weil er so extrem natürlich war. Genau, super. Ja, toll. Sie waren doch damals in Ägypten, ne? Tauchen. Klasse. Zack. Vollkommen in Ordnung. Ja, ja, vollkommen. Machen Sie sich nur nicht kleiner. Sie sind da, Sie sind in Präsenz. Sie führen die Situation vollkommen in Ordnung. Ja, der Benedikt Kresan macht das wirklich ausgezeichnet. Er bindet das Publikum ein. Man ist gefordert. Man driftet nicht weg in Gedanken. Also das ist schon auf gutem Level. So. Aufgeschlagen. Ich schließe mich auf. Auf, also doch so. Ja. Okay, Sie merken schon, das ist schwierig, ne? Also ich bin jetzt gerade körperlich. Ich mache jetzt alles. Ich lächle auch. Ich soll jeden Menschen in die Augen machen. Nein, das mache ich jetzt. Und fühlen Sie sich besser? Der Punkt Körpersprache hat mich besonders begeistert, weil das einfach was ist, was man täglich braucht. Und wo ich auch den größten Punkt sehe, den ich auch mal selber an mir vielleicht beobachten und verändern kann. Zum Beispiel die aufrechte Haltung, dieses Parallelstehen, die aufrechte der Oberkörper und eben auch der Händedruck, dass man den, also den festen Händedruck, dass der wichtig ist. Wir atmen hier hoch. Hier, das macht alles eng. Versuchen Sie, Tiefen- oder Flankenatmung. Nehmen Sie mal die Hand auf den Bauch und schauen Sie mal, ob der sich bewegt. Jetzt. Ist gut im neutralen Stand, ne? Ist ein bisschen unangewohnt, aber wir bleiben noch kurz stehen, oder? Die Unterschiede zu sonst fand ich einfach, dass heute noch etwas praxisintensiver war, dass man wirklich Sachen mitgenommen hat, was ich einfach am Kunden anwenden kann. Sonst allgemein zu sagen, diese Stufen, dieser Aufbau, wie so eine kleine Geschichte von Mal zu Mal mehr gesteigert, perfekt rundum. Ja, ich wollte nur mit Ihnen ganz kurz, also vielen Dank nochmal, Benedikt, für den eloquenten Abschluss des ersten Jahres. Wollt mit euch anstoßen, nicht abstoßen, sondern anstoßen. Also mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch in München. Und deshalb zum Wohl. Wollt mit euch anstoßen.